hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel lords mobile ich werde das spiel mal starten voll betreiben machen gab es da beschwerde wie die musik warum fangen wir das mal so spät ein da gab es keine beschwerde dann können wir los spielen so ich habe mein account von letztem mal wiedergefunden hurra mal wiedergefunden und dann legen wir mal los 16 nachrichten das war nur 2 das sind die anderen und 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 okay öffne eine karte ist das und 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 das verbessern Verbessern. Burg 3. Und das verbessern. Geh nix. Aber das hier. Ja dann. Es sind viele Leute online. Oh, nur acht Minuten. Nice, nice, nice. Kommt, ich bin aber mit Facebook. Ah ne. Titeln. Stefan Reddog. Okay. Ist das da oben jetzt wieder? Und dann muss ich jetzt glaube ich darauf gehen, alle Karten nehmen. Karte, verbessern. 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 Und den auch nochmal verbessern. Oh. Oh. Das hier. Oh. 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 Mein Axe ist hier für dich! Ein Job für diese Omen! Ein Job für... Mein Axe ist hier für dich! Mein Axe ist hier für dich! Hm. Und schon Level 5! Das geht ja hier richtig fix! Ich funke mich. Für dich! Wir müssen langsam mal die Tagesquests weitermachen. So, Tagesquest, wo seid ihr? Okay, schon mal einmal geöffnet. Dann gehen wir dahin für meine Items, die Natascha in Ressourcen-Tab sind. Und eine, äh, zwei waren das. Was brauche ich denn? Ach, da. Elixier, äh, Elixier. Nahrung, Stein, Holz, Diamanten, Gold. Allerdings sind das Gold und dann Steine. Schauen wir mal nach. Ist das Gold auch dabei? Jawohl. Okay, das waren zwei. Verwende Items in der Tasche. Speed up. Okay. Ich glaube, wir müssen erstmal das hier holen. Take out Icarus, my lord. Prepare to meet your tooth. okay Okay. Okay. Da haben wir jetzt alles. Dann schließt wir den Ohrnohr schnell ab hier. Angriff. Einsatz. Die Mauer ist gefallen. Ja, die sind nicht zurück. Sieg. Die zwei Zwerge sind da rum. So, da liegt der Erste. Naja, okay, er steht noch. Aber er ist benommen. Und die Frau, die dich. Da rennt der Mann. Wenn sie's bergen, Mann. Okay. Okay. Bestätigen. Kampf. Ja. Bossfight. Juhu. Juhu. Überset. Juhu. Juhu. Ja. Juhu. Du hast ein paar Troven gefunden. Für Kind und Land. Let's promote... Promote ein Hero, um zu erhöhen... Let's go for a hunt. Mhm. Let's go. Justice is served! Zupi! Zupi! Fancy another round? A glorious victory! What level is he? Interested. Justice is here! Interested. Ah, you're no fun. Okay. Okay. Can I just my daddy side up? Hm. Good, good, good. Good, good, good. Okay, dann forschen wir erst mal. Fertig. Nochmal. Verbessern. Fertig. Okay. Und, ein bisschen Pölze. Noch nicht. Dann haben wir noch eine Truhe. So. Verwende Items. Schnelltab. Das heißt also, ich müsste... Schon fertig. Löffel 10. Ähm... Ja, also... Verwende Items für einen Schnelltab. Ich muss also jetzt was machen und brauche dafür Schnelltab. Nein... Steinbruch, Level 2. Was dachte ich mir? Warte mal heilen. Okay. Glaserrett auch auf 2. Grachtturm auch auf 2. Okay, 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 okay. Okay. Verwinde auch sauer an einer hellen Stufe. Okay, also das heißt angreifen. Oh, y'all no fun. Okay, come schon. Und jetzt muss ich mal kurz diese Heldin aufwerten würde ich sagen, ne? Hm. Ah doch. Da war was zu helfen. Und dann noch einmal. Da braucht jemand Hilfe. Schneller. Oh. Kids these days. Oh. 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 Braucht Hilfe, aber kämpft. Schweinerei. Koh drinnen. Oh. Oh. Oh, was du willst? Das ist ja, sowas du columnierst. Das geht dran. Neue Echt. Ok, 30 noch. Wow, das heißt ich muss nur 5 Angriffe machen. Ganze 5 Angriffe. Da bin ich ja mal gespannt. Verlang doch das denn noch. Du 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 du. Du 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 du. 4 Super Und noch 4 Und noch 4 Wauw! Wir sind keine Spaß! Pim Piri Pim Ich glaube meine Leute haben immer mehr Probleme weiter zu kommen Schaut wie lange es dauert Da läuft gerade eine Zeitrunde Zeitrunde Fest abgeschlossen Super 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 Ich glaube jetzt noch, war es 2 Stück noch? Schnell mal gucken. 1, 2, 3, 4 und dann noch 1. Kampf, Kampf, Kampf. 2, 3, 4 und dann noch 1. 1, 2, 3, 4 und dann noch 1. 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 1, 2, 3, 4 und dann noch 1. 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 2, 4 und dann noch 1. 1, 2, 3, 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 4 und dann noch 1. 2, 4 und dann noch 1. 1, 3, 5 und dann noch 1. Das ist alles, was du hast? Du bist auf thinneisen! Super. Alles fertig gemacht. Da brauchen wir erstmal nicht mehr weiterspielen. Jetzt müssen wir einmal kurz die Heldin aufleveln. Was heißt aufleveln? Ausrüsten. Okay. Das war's. Dann da rausgehen. So, ich bin jetzt eine Fee. Hihihi. 18. Boah, das ist ja richtig cool. Jetzt habe ich noch 10. Steinproduktion. Okay. Ich soll da raufgehen? Hm. Nochmal. Äh, Kapitel 1, Stufe 9. Kapitel 1, also noch 2 weiter. Was muss ich denn hier jetzt machen? Das war auch gar nicht die Daily gewesen. Ähm. Für Bauen. Ja, ja, ja. Wie ne? Level 3. Dann kann man die auch alle auf Level 3 machen. Level 3. Kann man das auch auf Level 3 machen. Den hier auch. Den hier auch. Jetzt haben wir alles auf Level 3 gemacht. Was kommt denn da noch rein? Nichts. Und dann geht's jetzt weiter mit Level 4. A��. Da geht's weiter. Okay. Matt, Dramat? Dann geht's weiter. Ich versuche den drei ab. Dann geht's weiter. Dann kann man die drastisch aus. Dann äh, hey, nём die drastisch. So, ich versuche den viergen. Level 4, Level 4, Level 4, dann bin ich noch auf Level 4. Vielleicht... Nein, wissen wir nicht. Gibt's keine Musik mehr. Sind da Bots hinter, oder ist das immer ein Spieler, der... Ich glaub, das sind Bots. Also, ich hab in dem Fall jetzt nichts dagegen. Ach, falsch. Darauf müssen wir gar nicht rein. Ich bekomme immer noch Hilfe. Und... Hilfe. Das sind auf jeden Fall Bots. Also, hier ist eine Bot-Gilde. Die ganze Gilde besteht aus Bots. Naja, nicht nur Bots. Aber viele Bots. Verwende Energie, indem du Monster auf den Königreich Karte jagst. 3000. 1000. Okay. Ich heiße... Reddog. Gibt's das schon? Wird benutzt. Redbar. Redbar. Bestätigen. Okay. Dann geht's jetzt los an die Jagd. Scheiße. Ich spiel schon fast eine Stunde. Okay, 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 okay. Ich trainiere 20 Truppen in der Kaserne. Also, jetzt noch. 20 habe ich, 150 brauche ich. Ich brauche nur 30. Ich trainiere. Okay, Quest fällig. Oder müssen die erst fertig abgeschlossen sein? Müssen erst fertig abgeschlossen sein. Jetzt sind sie fertig. Ich muss ein paar Soldaten halten. Sammeln Nahrung. Und Steine, Holz, Erz, Gold. Oh, das ist schon alles. Also einmal sammeln. Die Jagd müssen wir noch machen. Dann jagen wir erstmal Monster. Los! 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 Let the storm rage on. Go. Speed up. Not slow. Okay. Okay. Wir sind aber schnell da und... Und das war Level 1? Verrückt. Okay, dann muss ich jetzt noch sammeln. Okay. 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 Es sind keine Leute verletzt? Hm. Muss ich das hier angreifen damit Leute verletzt werden? Okay. Ah. Geht nicht. Meine Leute sind gerade alle beim Sammeln. Okay, das ist doch noch ein bisschen. Ich würde dann mal sagen. Ich mach die Quest gleich noch fertig. Allerdings will ich jetzt aufhören. Weil... Ich weiß nicht was ich jetzt noch machen soll. Gut. Dann sag ich mal das war's für heute. Spiel verlassen, bestätigen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.